Herzlich Willkommen zur sechzehnten Folge Anro 1800 D Beta im Multiplayer mit Felix Moin Sagen wir, steht dein Shifter jetzt auch da und wartet? Dein Walross? Wäre wirklich? So mutig und so viele Leben gerettet Ähm, was macht denn der da? Die Flammen wurden flöscht Was will denn, was will denn die verliefen? Holz vermutlich oder irgendwas Irgendwas Ja, Holz Äh Ziegelsteine kaufe ich da an Stahl kaufe ich an Fenster kaufe ich an Ja, das wars auch schon Ziegelsteine, Stahl oder Fenster Du kannst mal ein paar Fenster hier runter bringen Aber ich denke mal bis du jetzt da dran kommst Das dauert erst eine ganze Weile Oder du bringst mal Stahl und Fenster mit Dann könnte ich nicht mehr Anlieger stellen bauen Hast du jetzt Holz mitgenommen? Ein neuer Auftrag? Ja hast du, okay Da hast du ja Glück gehabt Da hast du ja Glück gehabt Schnaps Plus Ei Kartoffeln Ich glaube Hier oben sind noch mal ein paar Brennereien für dich Jetzt fehlt's wieder an Arbeit Äh Mittlerweile ist hier oben auch so eine Arbeiterschaft Entstanden Ich mach auf der Insel Ach ne mach ich gar nicht Minus 600 mach ich auf der Insel Könnte schlimmer sein Die brauchen halt Fleischkonserven Ich brauch viel, viel mehr Fleischkonserven irgendwie Okay, ich könnte jetzt sogar noch eine zweite Konservenfabrik da reinsitzen Theoretisch, wenn ich Holz hätte Damit Es mangelt an Arbeitskraft Ja, und Arbeiter fehlen mir hier massiv Jedwede Unterstützung vermag es Die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen Und ab geht die Post Ich bin doch sowieso gefühlt überall Ich bin doch sowieso gefühlt überall Ruhm sie sich aus Mut Ich würde sie nicht anerfragen Bringen sie den Motor wieder ans Laufen Nur ein wenig beachten Mehr braucht sie Ich bin doch immer noch in der Stol Ja Ich bin doch immer noch in der Stol Sieben Minuten noch. Steigt, steigt, steigt. Was produzieren da oben noch? Spielstand gespeichert. Auf Ihren Befehl. Oh, Felix Gaming hat endlich geschafft an meine Anliegestelle zu kommen. Und dann hat er nichts. Was? Dann hat er nichts drinne. Echt nicht? Keine Ahnung. Das war auch mal eine Insel. Sollte ich mit dieser Reise beauftragt werden, so werde ich Ihnen meine Geschichte in groben Zügen skizzieren. Schiff vom Stapel gelaufen. Sie haben Ihren Anteil und ich muss mich für Sie freuen. Schiff vom Stapel gelaufen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sind auf alles vorbereitet. ein neuer Auftrag. Auf Ihren Befehl. Zwei sind ein Paar. Gut. So. Ihr Hafen wird angegriffen. Eigentum vom Feind? Mein Hafen wird angegriffen? Wo kommt die noch einmal her? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich noch rumgefuhlt hier. Von mir aus freigegeben. Mit all den anderen Spitznamen haben wir begonnen sie unseren Meister zu nennen. Der Subtex ist mit großem Auge. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Warte ganz kurz. Warte nochmal. Ei. Das darfst du nicht. Ja. Warum hast du nur noch drei Flugstationen auf der anderen Insel? Weil es nicht reicht. Bereit für den Einsatz. Ich habe ja schon mittlerweile Fische auf der Insel im Norden. Auf der unten drunter auch noch. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ein neuer Auftrag. Mode übernehmen. So. Könntet ihr da mal weggehen dann? Weil mein wichtiges Schiff kommt dadurch an. Mein wichtiges Schiff? Ja. Mein wichtiges Schiff. Bereit für den Einsatz. Spielstand gespeichert. Die Kaiserin wird enttäuscht sein, dass ich Boden verloren habe. Alter. Ich bezahle mittlerweile 18.400 an Unterhalt. Erwarten neue Horizonte. Es mangelt an Arbeitskraft. Läuft bei dir? Auf Ihren Befehl. Schiffhangell. Zu deinem Imperium. Oh, der Archibald. Geh mal mit deinem Schiff da weg. Mein wichtiges Schiff muss da ran. Hier müssen wir ein paar mehr ähm... Ei. Steuermann. Ah, wenigstens schon mal zweit an die Gestelle gebaut jetzt. Bereit für den Einsatz. Warte ich mir eine halbe Stunde auf, dass mein Schiff ankommt mit voller Zugang. Alles Schöne muss starten. Ich hab echt so gefühlt das Schlimmste die Wartezeit aufs Schiff. Äh, ja. So, jetzt die zweite Konservenfabrik. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh. Um, $30,000. The next thing. Es kostet sich immer noch etwa das Schiff. Und, oder? Um, um... So, jetzt... Einmal... ...ein mal. Wirklich. Das ist so... Schon gleich! Warteil. Warteil. Ich wollte das. hab ich wieder minus 500 schiff vom stapel gelaufen achtung admiral anwesend alles bereit bereit für den einsatz eins meiner schiffe begleitet irgendein anderes schiff gerade irgendwo hin ach da ist es gut spielstand gespeichert ich habe gerade meine schmetterlinge katalogisiert danke für den vertrauensbeweis es geht dir um wohltätigkeit richtig versorgung von 88% und so Gehst ins Minus, du Lappen. Ich weiß, woran es liegt, dass ich ins Minus gehe. Woran? Ich kann daran, dass ich eine minimal hohe Schiffenstandteilung habe. Laufen Koordinaten an. Sag mal, wieso? Wo sind denn die Piraten? Wir sind dabei, aber unter einer Bedingung. An der Karte an der linken Kante, also das ist ja so ein, was weiß ich, Raute, wie du es nennen willst, und an der unteren Kante links. Schiff unter Beschuss. Untere Kante, also die Kante, die unten links ist sozusagen, und dann... Du hast ja oben Norden. Ja. Die Kante von Süden nach Westen. Die Kante? Ja. Und da ungefähr in der Mitte. Ungefähr. Ja. Ein Stück nach oben verschoben. Okay. Sie haben nichts erreicht. Ach, Herr Jinn. Und Ihre Majestät fragt täglich. Verrat's keinem. Ich hab mich unter die Seeleute gemischt. Bereit für den Einsatz. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Hier fahren schon wieder Kanonenboote rum. Was? Ein neuer Auftrag? Ja, hab ich gesehen. Ei. Das ist Rahel. Ach, du machst jetzt einer auf, ich mach mal kaputt, oder was? Ja. Warum fährst du mit allen Schiffen zu den Piraten runter? Nicht mit allen Schiffen. Ja, mit Arsch, wo du zu vielen? Ja, mit dreien. So was doch bei deiner Insel oben ankommt, Opa. Oh, alter, neue Welt. Neue. Neue. Paar Schiffe. Fünf, um genau zu sein. Acht, um genau zu sein. Ja, das ist aber fünf von mir. Ne. Das ist alles Jean La Fortun. Neue Welt, obere Insel ist von mir. Ja, aber guck mal, was da links kommt. Oh. Ja, ich sehe. Gut. Dann haben wir uns... Neue Befehle? Falls er dich angreifen sollte, ich versuche es zu verteidigen. Sind unterwegs. Ja, das würde es, ich kann ja nicht angreifen. Bist aber gleich da. Flaggschiff erwartet Anweisungen. La Fortun. Spielen Sie fair, kommen Sie davon. In's Graben. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Was? Revolution? Revolution? Seid ihr bescheuert oder was? Was? Dann müssen wir mal Polizei bauen, was? Mit Ihnen habe ich ein Hühnchen zu rüpfen. Ei, ei! Wir sind jetzt unsere eigenen Herren und... General auf der Brücke! Neue Befehle? Die Attraktivität Ihrer Stadt hat sich verringert. Helfen Sie mir die Last des Kaiserhauses zu stellen? Sie sind gütig. Und dann erhebt sich diese winzige, unbeugsame Insel über das ganze weite Meer der Ungerechtigkeit. Ach! Weißt du, was das geil an der ganzen Geschichte ist? Flaggschiff erwartet Anweisungen! Mit deinem Piraten... Jean La Fortun habe ich Frieden! Hehehe! 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 Ei, ei! Segel! Wir können tagsüber einladen. Also ich würde mal behaupten... Du hast ein kleines Problemchen, der hat ja ganz schön weggefeuert alles, wa? Ich habe sechs von acht Schiffen und zwei zerstört, also... Felix, du hast meinen ähm... Meinen? Du hast meinen Maid sozusagen... Zerstört. Was soll das? Ja, wäre schade. Übrigens, keine schlechte Idee vielleicht mal eingeschickt bei dir. Wagen Sie es nicht, mich hinters Licht zu führen. Ich erkenne einen Schwindel, wenn ich ihn sehe. Sie haben völlig recht. Meine Lieben sind gesund und am Leben. Das ist, was zählt. Spielstand gespeichert. Wir sind auf sie vorbereitet. Er ist schockiert! Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oh. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Feindliches Ziel erfasst! Ups! Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Haha! Schiff unter Beschuss! Formation einnehmen! Feind gesichtet! Oh, der greift nicht an! Ach ne, wirklich! Der hat ja schon... ...drei oder vier Schiffpunkte versenkt. Ups! Ich überlege gerade, ob ich mit allen Sachen, die ich hab, einfach in die neue Welt überziehe. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe alles an Kriegsschiffen, das brauche ich zwar da drüben. Ja, nicht. Habe ich sowieso schon drüben. Ich meinte eigentlich Material hier aufwendig. Ach, Quatsch. Will unbedingt einen Muschelknacker da wegmachen, ne? Ja. Meinst du, das schafft er? Ja. Wo will der denn hin? Kann man ein anderes Schiff angreifen. Oh, er macht das tatsächlich. Hat das Ding Kanonen drauf? Ne, ne? Ah, jetzt kann ich von da drüben schießen. Bereit für neue Befehle. Hat dich nicht ein Schiff mit Stahl rübergeschickt? Wo ist mein Stahl hin? Ei, ei! So, haben wir erstmal platt gemacht da. Wir schießen alle Besucher. Eine lebensnotwendige Vorkehrung. Hier hat ich ein Klippern-Angebot. Für gerade mal 8500. Das hat mich gewundert. Die Bewegung braucht neue Helden. Ganz ehrlich, hat la Corona dich in der Mangel? Lotto bereit. Ich muss mal ganz kurz ablegen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Admiral auf der Brücke. Da kommt nämlich ein Schiff. Das ist natürlich so eine kleine, so ein kleines Kanonenwut nur. Alleine nur. Jetzt dreht er gleich um. Feiger Hund, ey. Von dir hat der schon 6 Stück und ich hab 6 versenkt von dir. Na gut 5. Eins hast du davon versenkt und ich hab einen von deinen Flotten versenkt. Ah, ich geh mal kurz in die alte Welt rüber, weil irgendwie geht nämlich gerade mein... Oh shit, bei mir geht das irgendwie gerade alles flöten hier. Hab nichts Gutes zu sagen. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Was? Handwerker ist die letzte Stufe, ne? Ja. Oh toll, ich wollte jetzt... Schiff unter Beschuss. Was? Ein Schiff hat angegriffen? Also was macht ihr hier hinten die Schiffe? Seid ihr bescheuert? Wir verteidigen unsere Besitztümer und die... Oh, das eine Schiff hat aber ordentlich eingestecken müssen. Und dann, der schießt sogar nochmal. Oh, und der trifft auch noch. 400 nur noch. Oh, Gott sei Dank. Erstmal aus den Fingern da rausgekommen. Gut, aber ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Tschüss.